Hallo meine lieben Digi-Ritter, handelt sich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Digimon Masters Online. Wie ihr vielleicht im Titel schon lesen könnt, habe ich jetzt endlich den Metallgarurumon X-Antibody-Factor bekommen. Nicht durch den aktuellen Sale, der jetzt stattfindet von GameKing, die haben alles bis auf die letzten neuen Items, die die reingebracht haben. Also die aktuellen Eventsachen und sowas wie die letzten Riding Items hier, die beiden, die die reingebracht haben und so. Oder Crescarurumon haben die jetzt alles aktuell 50% im Sale. Dadurch habe ich es nicht bekommen, ich habe es gestern noch bekommen, weil ich gestern jemanden Crown verkauft habe und dadurch dann mir von jemandem aus dem privaten Shop das holen konnte. So. Und alle anderen haben wir schon, also wir haben Gabumon X, wir haben Garurumon X. Das Design von Garurumon X gefällt mir nicht so sehr, muss ich sagen. Also der Körper ja, aber hm, weiß ich nicht. Wäre Garurumon X gefällt mir da schon deutlich besser. Ist aber alles so gewöhnungsbedürftig. Ich finde diese komplette neue Richtung, in die die hier gehen mit den Garurumon ist halt sehr gewöhnungsbedürftig vom Design her. So, und jetzt schalten wir dann noch Metal Garurumon X frei. So, dann können wir jetzt auch endlich zu Metal Garurumon X digitieren. Omega Mon X ist leider noch eine Wunschvorstellung, dass ich den irgendwann mal habe. So, aber dann haben wir hier jetzt Metal Garurumon X und ich muss sagen, neben Wargreymon X ist es eins meiner Lieblings Digimon hier im Spiel vom Design her. Das Einzige, was mir halt ein bisschen stört, ist, dass die Kanone die ganze Zeit außerhalb des normalen Sichtbereichs ist. Aber, so, dann gucken wir mal. Wir haben einmal Grace Cross Freezer, dann Kokutus Breath und Garurum Burst als Fähigkeiten. Wir testen das mal am Leomon aus. So, das. Ah, da tun wir solche Eisgeschosse abfeuern. Ich finde es aber nice, dass sie auch für die Auto-Attack die Kanone benutzen. So, dann haben wir Kokutus Breath. Das ist einfach dieser Eisatem aus seinem Mund. Und, da kriegen wir von der anderen Seite einen besseren Eindruck davon. Ne, jetzt muss ich... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann, wenn es gegen Abend geht, dann, wenn der Tag resettet. Vielen Dank. 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 Weil ich habe... Vielen Dank. Vielen Dank. ... 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 So ein Preis von 10 Crown oder weniger wäre, beziehungsweise 10 Crown wäre halt meiner Meinung nach viel gerechtfertigter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also aktuell werden die ja in Personal Shops oder so für 160 Crown fast schon einem entgegengeworfen. Ich habe es für 160, äh, nicht Crown, sondern Terra. 160 Terra werden die Dinge einem hinterhergeworfen und für 160 Terra habe ich meins auch geholt. Aber das war es auf jeden Fall dazu. Also, mir gefällt es wie gesagt und jetzt müssen die halt nur noch irgendwie was machen, dass man viel besser an den Beta-Faktor rankommen könnte. Aber wie hat euch denn dieses Digimon gefallen? Also, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, wie euch denn das Digimon gefällt. Beziehungsweise, oder auch nicht, je nachdem. Bin hier auf jeden Fall gespannt auf eure Meinung. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonnieren. Nicht vergessen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao.